und zurück zu Mario KTS heute kommt wieder Cup, welcher Cup kommt heute? heute kommt 105.00 CCM Scheiß Grafik, heute spielen wir Toad ich würde aber die Pilzkarre nicht nehmen, weil wir hatten I1 von Yoshi, den letzten Part und nicht gut, ich glaube Allrad Wiege, Allradwiege? Sieht aber gut aus von den Tempos, scheißegal, aber Beschleunigung ist gut, ja ich nehme den und heute im Stern Cup Deep K, Alpin, Tic Tac Trauma, Marios Piste und fliegende Festungen Tic Tac, Tic Tac Trauma ist von von Mario 64, glaub ich, Super Mario 64 oder Mario 64 Egal versuche ich hier einen guten Platz hinzubekommen Tja, schon verschissen Oh, ich erinnere mich, hier oben ist doch irgendwo ein verstecktes Item dann Das ist doch hier oben Boah, geil Da oben lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen Ok, nein Der hat jetzt man Und Na ja, hier Und Waluigi, das kriegst du zurück Ach, den krieg ich eh nicht mehr Oh, Mann Warum muss mich da auf den Scheiß hier treffen, ey Ich bin mir nicht mehr Oh, Mann Ich bin mir nicht mehr Ich bin mir nicht mehr Ich bin mir nicht mehr Waluigi, das ist es Oh, Mann Ich bin mir nicht mehr Ich bin mir nicht mehr Ach, komm und das gaben Doppel-Own zum ersten nicht runterfallen diese Spiegel nein 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 ich hab kein Bock mehr toll toll Boso ist wahrscheinlich gleich ein Ziel Hongkot geht Boso so ab ey immer zur Zeit ach komm kann es keiner erzählen ey ein Ziel also ich werde verletzern ja Scheißspiel sag ich nur Aufnahmposition ficken ich muss mir abgewöhnen dieses Wort immer im Let's Pay zu sagen hm ein Punkt also ich verstehe es uns schon mal E-Platz wahrscheinlich wieder ach das fuckt mich so ab fuckt mich so ab ok zweiter und der erste schriftlich ist kommt zur Scheiße immer dann am Ende auf die Räder weil er kriegst du kriegt man dann noch ein extra Schub tja ich hab's mir aufgehoben und das hat's gebracht nein ich hätte jetzt dem Panzer ausweichen können mit dem Pilz hm mhm boso und vario sind hinter mir jetzt hier hoch die drei bananen Petto es kommt auf einmal eine rote habe ich gesehen okay ich bin erster aus der Bauorte zur übertrieben Kugel ja erster und ich bin in der Landwettung naja schon mal ich nehme im Herzen also die Stelle hat sich bestimmt gerade gar nicht interessiert aber scheiß drauf sei es drum ja ich werde rumgeschubst weil ich ein leichter Charakter bin und BG 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 Ô Funny Man kann an quatro T shows der Grundleensee hier klar D die ja ich habe schon noch Projekte geplant also halt nicht so viele ja ich war gerade so erstaunt dass es mich getroffen hat naja was kann man da machen das ist die letzte Stücke kein Geist Claude mehr ein item meine Bananen ich bin schon Bananen gierig wegen Donkey Kong ja aufpassen ja ok ich bin erster oder es kommt jetzt ein scheiß Stache Panzer scheiß Stache Panzer dun 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 also vor Bauer sind ja jetzt kommt nur noch Barrio 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 letzte Strecke fliegende Festung die Parts werden aber nicht gerade lange und kürzester war bis jetzt 9 Minuten und wir sind jetzt bei 9 Minuten 30 ich naja in dem Part finde ich ein bisschen besser als in allen anderen Parts was? ich ich habe doch das alte und jetzt kriege ich die rote Form Peach natürlich natürlich schon klar hier kann man in Mario Kart 7 dann fliegen auf jeden Fall kann man aber hier ähm 3 weißt es 3 3 3 3 ähm wo 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 dort da man tun Turm wenn man da von wem ist eigentlich die Strecke diese fliegende Festung wo ich weiß wo ich den hinsetzen hier ja ok ich habe auch sehr getroffen ich wollte zwar nicht dahin häpfen sondern hier irgendwo aber aber Aua also hier bei den Flammen kann man in Mario Kart 7 äh also schl also schwer lol ok jetzt wahrscheinlich ok ich muss auf jeden Fall hier erster werden nein nein ey warum kann der Tod nicht einfach einen Pilz erstellen der ist doch ein Pilz dann soll er mir einen Superpilz geben damit ich dann schneller werden kann so ein Goldpilz geht doch er hat mir einen Pilz gemacht h, 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 h du 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 oh ja danke nein jaaaa ausgew... wichen nein bitte nicht Mario, Mario nicht Mario nicht nein nicht Mario nicht Mario nicht Mario ich kann jetzt nicht auf die nein 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 Nein, nein, nein. Ich habe jetzt gerade abreagiert. Ach ja. Ach ja. Oh Mann. Toll, zweiter. Oh, ich wusste bisher unser bester Cup. Toll, lo, lo. Wenigstens zweiter. Naja, zweiter, okay. Oh, das war schon ein Part. Dieser war viel besser. Also zweiter Platz sind wir geworden. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Part. Also tschüss.